Kommt bald der Battle-Royale-Modus für Call of Duty Modern Warfare, Stardew Valley-Entwickler Eric Barone arbeitet an neuen Projekten und Starbreeze sucht nach einem Publisher für Payday 3. Ich bin Natascha Becker und das sind die News. Wann kommt endlich der Battle-Royale-Modus für Call of Duty Modern Warfare? Ist es jetzt in der zweiten Season endlich soweit? Die meisten Inhalte der neuen Season, die heute startet, sind bereits im Vorfeld bekannt geworden, als der Trailer geleakt wurde. Nun ist das Update online und im Hauptmenü gibt es eine fünfte Option zur Auswahl, Classified, die bisher noch nicht auswählbar ist. Handelt es sich dabei um den versprochenen Battle-Royale-Modus? Auch der neue Ingame-Trailer scheint den neuen Spielmodus anzuteasern. Im Video sehen wir ein zerstörtes Schlachtfeld, auf das Kämpfer mit Fallschirmen aus einem Flugzeug springen. Ein angeblicher Insider schreibt außerdem auf Reddit, dass der neue Battle-Royale-Modus Warzone heißen soll und hat ein potenzielles Artwork dazu gepostet. Auch Daniel Ahmad, Branchenanalyst und oft gut informierter Insider, bestätigt ebenfalls auf Twitter, dass der Battle-Royale-Modus bald spielbar sein wird. Mehr Details und das vollständige Video gibt's auf GameStar, GamePro und meinem ODE, die jeweiligen Artikel packe ich euch in die Videobeschreibung. Eric Barone, besser bekannt als Concerned Ape, der Entwickler von Stardew Valley, arbeitet an gleich mehreren neuen Projekten, wie er auf Twitter enthüllte. Viele Infos gibt's noch nicht, eines der Projekte soll allerdings in der Welt von Stardew Valley, der beliebten Bauernhof-Simulation, die er weitgehend alleine entwickelt hat, spielen, aber selbst kein Farming-Game sein. Dieser kleine Tweet hat innerhalb weniger Stunden ordentlich Fahrt aufgenommen und die Medien haben sofort angenommen, über den neuen potenziellen Indie-Hit zu sprechen. Barone bittet darum, sich bitte nicht zu sehr hypen zu lassen und nicht zu viel zu spekulieren. Er möchte einfach nur ein Spiel machen, das ihn glücklich macht, seine Kunst und Ideen mit der Welt teilen. Wenn es beliebt wird, cool, aber das ist nicht sein Fokus. Eventuell dürfen sich Fans in den nächsten Monaten auf erste Details freuen, aber vielleicht erstmal nicht zu sehr. 2019 war für Starbreeze ein hartes Jahr. Dezember 2018 musste der Publisher bankrott anmelden. Um das Unternehmen zu retten, musste es mehrere Studios verkaufen und einem Viertel der Belegschaft kündigen. Zu den abgestoßenen Projekten gehörte auch das heiß erwartete System Shock 3, das unter anderem deswegen nun eventuell gar nicht mehr fertiggestellt werden kann, wie wir am Montag berichteten. Starbreeze hat alles dafür getan, flüssig zu bleiben. Die ganze Zeit stand Payday 3 wie ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Im Oktober wurde die Entwicklung an Payday 2 wieder aufgenommen und der DLC hat sich laut CEO Michael Nermark besser verkauft als ursprünglich angenommen. Bevor die Entwicklung an Payday 2 wieder aufgenommen wurde, war die durchschnittliche Spielerzahl bei etwa 10.000 Spielern. Laut den Steam-Charts hat sich diese Zahl im November fast verdreifacht. 2020 sollen außerdem weitere Inhalte für Payday 2 kommen. Währenddessen sucht Starbreeze nach einem Publishing-Partner für Payday 3, um finanzielle Stabilität zu sichern und der die nötige Marketing- und Ubisoft in einem Livestream die neue Erweiterung für The Division 2 Warlords of New York vor. Im neuen DLC geht es zurück nach New York, wo wir bereits im ersten Teil die Open World erkunden durften. Um genau zu sein, spielt das Addon in Lower Manhattan, der Rest der Stadt wurde von einem Hurricane schwer verwüstet und geflutet. Alle Infos und Details zum DLC hat Christian für euch im Video zusammengefasst, zudem kommt ihr über die Infobox hier oben in der Ecke oder über den Link in der Videobeschreibung. The Division 2 Warlords of New York erscheint am 3. März 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Wer diese Woche schon auf der Webseite von Humble Bundle unterwegs war, dem wird eine große Änderung aufgefallen sein. Die Preise der Bundles sind nämlich seit Montag in Euro angegeben, jedenfalls wenn ihr aus einem Euro-Land auf den Shop zugreift. Bisher gab es auf der Seite ausschließlich Dollar, nun wurden weitere Währungen eingeführt, und zwar Euro, britische Pfund, kanadische, australische und neuseeländische Dollar, türkische Lira, russische Rubel und philippinische Pesos. Die Preise sind in den jeweiligen Landeswährungen umgerechnet, es ist also nicht 1 Euro, ist gleich 1 Dollar, ist gleich 1 Pfund, wie es manch anderer internationaler Shop macht. Der Preis wird nach den aktuellen Wechselkursen zu dem Zeitpunkt, zu dem das Bundle auf den Shop online kommt, berechnet, um für Spieler weltweit faire Preise garantieren zu können. Wer die Classic Subscription hat, ist davon nicht betroffen und auch ältere Bundles haben vorläufig noch nur Dollar-Preise. Auch Patreon bietet übrigens seit ein paar Tagen Euro-Preise und Bankeinzug an. Nintendo hat den Verantwortlichen für die Pokémon Schwert und Schild-Leaks im November gefunden. Letztes Jahr gab es im Vorfeld der Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Schild der neuesten Iteration der Reihe für Nintendo Switch umfangreiche Leaks. Jemand hatte im Vorfeld Screenshots und Fotos aus dem Spiel von neuen Pokémon und aus dem Pokédex Online gestellt. So war bereits im Vorfeld viel darüber bekannt, welche neuen Pokémon im Spiel sein werden oder auch welche der alten Pokémon in den deutlich verschlankten National-Decks einziehen dürfen. Nintendo und The Pokémon Company haben seitdem versucht herauszufinden, wer für die Leaks verantwortlich ist. Die Recherchen führten sie letztendlich tatsächlich an die Quelle einem Reporter aus Portugal, dem vorab eine Version zu Review-Zwecken zur Verfügung gestellt wurde. Die Spuren führten zu F-Nintendo, einem portugiesischen Online-Magazin, das über aktuelle und alte Nintendo-Spiele und Konsolen berichtet. Das Magazin entschuldigt sich in einem Post bei seinen Lesern und bei Nintendo, man habe vorab eine Version des Spiels mit klaren Embargo-Richtlinien bekommen, der Mitarbeiter hat sich allerdings nicht an die Vorgaben gehalten. F-Nintendo hat sich nach internen Untersuchungen vom Mitarbeiter getrennt. Bis dahin hatte F-Nintendo seit elf Jahren eine enge Beziehung zu Nintendo Portugal, die nun einseitig von Nintendo beendet wurde. Sie werden nicht von Nintendo mit Review-Exemplaren versorgt und auch zukünftig nicht mehr zu Veranstaltungen eingeladen. Wie schnell man Breath of the Wild durchspielen kann, das wurde schon zur Genüge getestet und überboten. Aber wie schnell kann man in Breath of the Wild alle Hunde füttern? Offenbar ist das der neueste Trend in der Speedrunning-Community um das Open-World-Zelda-Rollenspiel. Die Regeln sind ziemlich einfach. Füttere jeden Hund im Spiel und sammle jeden der 16 Schätze ein, zu denen sie den Spieler führen. Alle Speedrunning-Exploits sind erlaubt, man kann allerdings nicht genauso durchrushen wie sonst, weil man zum Beispiel ein Haus kaufen und Tarrytown aufbauen muss, um den letzten Hund freizuschalten. Derzeit hält der Streamer wie Vox den Rekord mit einer Stunde, 35 Minuten und 51 Sekunden. Und auch dieses Jahr hat es ein Spiel wieder geschafft, sich in die GameStars einzuschleichen. 2015 hat dieses Spiel in den Kategorien Bestes PC-Spiel des Jahres, Bestes Playstation-Spiel, Bestes Spiel, Bestes Spiel-Moment, Community-Liebling und Bestes Rollenspiel des Jahres gewonnen. 2016 räumte das Spiel wieder als Community-Liebling ab und der DLC war auf dem zweiten Platz des besten Spiels des Jahres und wurde zum besten Rollenspiel des Jahres gekürt. 2017 und 2018 war es wieder Community-Spiel des Jahres. Und obwohl wir dieses Jahr den Community-Liebling überhaupt nicht als Kategorie im System hatten, hat es dieses Spiel wieder geschafft, einen GameStar abzuräumen. Herzlichen Glückwunsch an das wahrscheinlich beste Rollenspiel aller Zeiten. In der Kategorie Bestes Switch-Spiel des Jahres gewinnt The Witcher 3 Wild Hunt. Fast fünf Jahre ist es nun schon her, dass The Witcher 3 Wild Hunt für PS4, Xbox One und den PC erschien. Und jetzt darf sich der Hexer erneut einen Preis an den Sattel seines treuen Begleiters Plötze hängen, um damit im ganzen Land anzugeben. Ein ganz schönes Schlitzohr dieser Geralt schließlich hatte zuvor niemand damit gerechnet, dass der etwas in die Jahre gekommene Witcher mir nichts dir nichts zum Switcher wird und das epische Rollenspiel von CD Projekt Red auf Nintendos aktuelle Konsole holt. Entsprechend skeptisch waren viele Spieler im Vorfeld. Wie soll ein derart riesiges und wunderschönes Spiel wie The Witcher 3 nur auf der abgespeckten Switch-Hardware laufen, fragten sich viele kurz nach der Enthüllung auf der E3 2019. Aber die Skepsis war unbegründet und herausgekommen ist ein richtig guter Port. Natürlich erntet der Switcher in Sachen Technik und Optik auf der Nintendo-Konsole keine Bestnoten, weiß aber trotzdem zu beeindrucken. Hübsche Zwischensequenzen, detaillierte Charaktere und dieselben purpuren Sonnenuntergänge wie im Original, hier kommt einfach Abenteuerstimmung auf. Nur dass man die jetzt eben auch in der U-Bahn erleben kann. Aber natürlich begeistert The Witcher 3 nicht nur in Sachen Präsentation. Der Hauptgrund, warum viele den Hexer so klasse finden, sind die vielen detailverliebten und spannenden Geschichten, die man abseits des Weges findet. Die alte Dame zum Beispiel, die verzweifelt nach ihrer Pfanne sucht. Oder der alte versoffene Baron, der Frau und Kinder vergrault hat. Da ist so viel, dass sich zu entdecken und zu erfahren lohnt. Ganz egal, ob nun auf PS4, Xbox One, dem PC oder eben jetzt auf der Switch. Der Witcher findet immer einen Grund, warum man über ihn reden oder singen sollte. Damit kommen wir für heute wieder zum Ende der News. Wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr als allererste gewarnt, wenn wir neue Videos hochladen, wie zum Beispiel unseren Talk über Anthem 2.0 oder dieses Video über den neuen DLC von The Division 2. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und guten Loot! Bis dann! Peace! Ciao! Ciao! Ciao!